Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Pulheim. Die Wohnung wurde 1981 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Immobilie ist stufenlos zugänglich. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie zwei Parkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 74 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 159.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017